Anfang Juli dieses Jahres verkaufte BYD-Direktor und Multimilliardär Xi Xiaoguan 9,5 Millionen Aktien, was einem Volumen von ungefähr 370 Millionen Dollar entspricht. Bislang rutscht die Aktie nach dieser Aktion um lediglich 3% nach unten, doch beginnt jetzt ein neuer Abwärtstrend. Wie weit kann die Aktie noch fallen? Wir schauen uns an, wie stark das Unternehmen aktuell fundamental aufgestellt ist und wie viel Potenzial die Aktie noch aktuell hat. Lohnt sich jetzt der Einstieg oder sollte man besser verkaufen, um sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzukaufen? Hier lernst du, wie wir solche Werte handeln und möglichst risikoarm eine zweistellige Rendite erwirtschaften kannst. Der 1995 gegründete chinesische Mischkonzern hat sich in den letzten Jahren zu einer der stärksten, größten Automobilproduzenten und Smartphone-Batterieherstellern Chinas entwickelt. Die Erfolgsgeschichte ist aber noch lange nicht vorbei. Mittels der Expansion ist bereits in vielen Ländern geglückt, möglich ist, dass das Unternehmen internationale Markendominanz erreichen kann. Das immense Potenzial ihres Geschäfts hatte Börsenlegende Warren Buffett schon 2008 erkannt, als er mit seiner Holding rund 8% an dem Unternehmen erworben hat. Mittlerweile hält Buffett's Berkshire Hathaway 21,5% aller BYD-Aktien. Dass sich das ausbezahlt hat, sehen wir auch gut an dem aktuellen Kurs. Seit Ende 2019 stieg die Aktie um 500%. Wenn Buffett seine Aktien abstoßen würde, dann könnte er einen Gegenwert von ungefähr 12,7 Milliarden US-Dollar realisieren. Der Langfristtrend war seit April 2020 stark positiv, wurde aber ein Jahr später gebrochen, als die Aktie um insgesamt 50% einbrach. Grund hierfür war ein Absatzeinbruch zum Vormonat, der dazu führte, dass die Erwartungen der Anleger stark zurückgefahren wurden. Mit den ersten Quartalzahlen für dieses Jahr, die einen doppelt so hohen Umsatz zum Vorjahresquartal aufwiesen, wurde der Kurs innerhalb von zwei Monaten um 75% nach oben katapultiert. Kurzfristig hat sich daraus einen sehr starken Aufwärtstrend ergeben. In den letzten Tagen wurde dieser gleichzeitig mit dem Verkauf der Anteile von dem Direktor TrueJuan gebrochen. Was das genau bedeutet, klären wir gleich. Erstmal müssen wir uns das Geschäft und seine Entwicklung genauer ansehen. BYD ist hinter Tesla und VW der drittgrößte Elektro-Autohersteller der Welt. Das Tochterunternehmen BYD Electronics stellt Autobatterien her, die nicht nur in den eigenen Fahrzeugen eingebaut werden, sondern auch in Automobilen von Fiat und Toyota, mit denen man ein Joint Venture eingegangen ist. Die Batterien von BYD erfüllen den höchsten Sicherheitsstandards und sind zudem deutlich günstiger, sodass beispielsweise der E2 mit einer Reichweite von 400 Kilometer gerade mal 12.500 Dollar kostet. Und somit halb so teuer ist wie der Tesla Model 3. Angekündigt wurden bereits die neuen Blade-Batterien, die eine Reichweite von bis zu 1.000 Kilometer haben sollen. Und mit dieser Technologie möchte BYD nicht nur eine internationale Expansion vorantreiben, sondern auch Tesla dem aktuellen größten Verkäufer von Elektro-Autos den Rang ablaufen. Die Produktion des SUV-Models Tang soll noch dieses Jahr in Norwegen starten. Auch in Australien konnten bereits große Partnerschaften geknüpft werden, sodass bald auch dort produziert werden kann. Besonders interessant ist auch, dass BYD im Bereich des elektrobetriebenen Nutzfahrzeugen die größten Marktanteile hält. So werden seit einigen Jahren die Busse schon in den großen Megametropolen Chinas eingesetzt. Auch Südafrika setzt diese Busse nun flächendeckend ein und Abnehmer haben sich auch schon in Italien, Spanien, Finnland, Slowakei und in den USA finden können. Für den innerstädtischen Verkehr entwickelt das Unternehmen auch ihr sogenanntes Sky Rail System. Sowohl in China als auch schon in Brasilien werden diese aktuell gebaut. Laut BYD benötigt die Installation einer solchen Bahn nur ein Drittel der Zeit und ein Fünftel der Kosten, die beim Bau eines U-Bahn-Systems anfallen würden. Wie sich diese Entwicklung in den Geschäftszahlen widerspiegelt, sehen wir jetzt. Das Umsatzwachstum für die nächsten Jahre wird im Schnitt mit 20% prognostiziert. Selbst während der Corona-Krise kam es zu keinem Umsatzeinbruch. Das Unternehmen reagierte in der Krise recht schnell und nutzte die Kapazitäten mit der Herstellung von Schutzmasken. So ist BYD aktuell der weltweit größte Hersteller von FFP2-Masken und konnte seinen Gewinn dadurch um über 160% zum Vorjahr steigern. Das Gewinnwachstum soll auch in Zukunft positiv und zweistellig bleiben. Von den Wachstumswerten sieht BYD also sehr gut aus. So liegt die Gewinnmarge bereits bei 2% und soll auf bis zu 3,2% in 2023 anwachsen. Tesla weist aktuell ähnliche hohe Margen aus. Beim US-amerikanischen Konkurrenten soll dieses aber bis auf 10% anwachsen. Auf der anderen Seite schüttet BYD im Gegensatz zu Tesla bereits Dividenden aus. Da es sich aber um ein Wachstumsunternehmen handelt und die meisten Gewinne rein investiert werden müssen, soll die Dividendenrendite auch in Zukunft nur bei ca. 0,15% liegen. Bevor wir uns die strategischen Preisbereiche mit den besten Chancen-Risiko-Verhältnissen ansehen, können wir zusammenfassend sagen, dass BYD trotz eines Kurspotenzial von 4,1% noch enormen Kurspotenzial hat. Das Management hat sich vor allem in der Corona-Krise als sehr kompetent erwiesen. Da der Mischkonzern in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig ist und ein riesiges Portfolio an Produkten hält, ist es zunehmend fundamental sehr stabil. Die Besonderheit bei der Elektroautosparte ist zudem, dass BYD alle Bauteile ihrer Fahrzeuge selber herstellt und somit unabhängig von Zulieferern ist. Von der Chipknappheit ist BYD beispielsweise aktuell nicht betroffen. Stattdessen beliefern sie sogar andere Hersteller mit ihren überschüssigen Bauteilen und machen diese von sich abhängig. Die E-Auto- und Batteriesparte ist also das Herzstück des Unternehmens. Dank des immensen Wachstums in diesen Märkten rechnet CEO Wang Xuan Fu mit einem Jahreswachstum von 151 Milliarden Dollar bis 2025, was rund dem Sechsfachen des aktuellen Jahresumsatzes entspricht. Dass allein im Juni dieses Jahres dreimal so viele Elektrofahrzeuge abgesetzt wurden, als im letzten Jahr zeigt, wie plausibel dieses Umsatzziel ist. Trotz dieser positiven Aussichten solltest du nicht blind einsteigen und dich einem unnötigen Risiko aussetzen. Schließlich sind Investments in chinesische Unternehmen bedingt durch die Machenschaften der Regierung immer mit Vorsicht zu genießen. Auch ist BYD längst nicht das einzigste Wachstumsunternehmen in diesem Markt. Harte Kursrückschläge werden auch in Zukunft nicht ausbleiben. In 2020 hat BYD nämlich im Vergleich zum Vorjahr als einziges Unternehmen weniger Elektrofahrzeuge abgesetzt als ihre Konkurrenz. Wer damals am Hochpunkt investiert hat, ist auch heute noch mit über 20% im Verlust. Gerade wenn der Aufwärtstrend gebrochen wurde, sollte man sich nach besseren Einstiegen umsehen. Darum schauen wir uns jetzt die wichtigsten Preisbereiche der Aktie an. Im Bereich 1 ungefähr bei 44 bis 50 Dollar haben wir in der vergangenen hohen Volumen gesehen. Wenn sich die Preise dort stabilisieren, könnten wir nach Einstiege suchen. Sollte der Preis dort aber unten durchfallen, so bis in den Bereich 38, 40 Dollar, könnte er das alte Tief nochmal antesten und sich dort stabilisieren. Von dort aus könnte der Zielbereich 3 bei etwa 68 Dollar wieder angehandelt werden. Das würde einem Kursanstieg von 50 bzw. 90% entsprechen. Die Strategien, die bei dieser Aktie angewendet werden können, sind vielfältig. Wer langfristig an das Unternehmen glaubt, kann innerhalb der nächsten Aufwärtstrends eine Buy-and-Hold-Position öffnen. Mit zwischenzeitlichen Kursrückschlägen von bis zu 50% sollte man dennoch rechnen. Alternativ kann man auch mit den großen Kursschwankungen davon profitieren, indem man mit aggressiven Stops den Wert handelt. Hierfür ist entscheidend, dass man die Einstiege zeitlich sehr gut timet. Schau dir unseren kostenlosen Workshop an. Dort zeigen wir dir, wie wir Einstiegssignale erkennen. Den Link dazu findest du unten bei uns in der Beschreibung. Abonnier den Kanal, damit du die wichtigsten Inhalte rund um Aktien und Geldanlage nicht verpasst. Wenn sich bei der BYD ein guter Einstieg ergibt, erfährst du das hier bei uns. Ich wünsche dir alles Gute. Adrian von Finment.